So, heute gibt es wieder mal einen Outdoor Kopfbau, den schönen Wetter muss man natürlich auch geniessen. Im Alpaca USA, perfekt color gematcht zu der Pfeife heute, denn heute wird wieder mal in der wunderschönen ATH geraucht. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, ich habe davon auch ein Bild gemacht heute. Und ja, dann baue ich schnell den Kopf, ich baue mir darin heute Somo Strong Orange, perfekt schön kühl bei dem warmen Wetter gerade. Und dann zeige ich euch gleich, wie ich das gebaut habe. So, Kopf ist fertig gebaut, ihr könnt sehen hier wieder randhoch, eigentlich kaum andrücken, weil der so kompakt ohnehin schon ist, vom Schnitt her. Dann spann ich gleich die Alufolie drüber und dann zeige ich euch heute noch etwas, wie man die Alufolie noch etwas schöner hinkriegt. Ich werde nämlich heute auch noch ein Bild machen mit dem Kopf hier. Und ja, das zeige ich euch gleich, wenn die Alufolie gespannt ist. So, also ich habe jetzt die Alufolie gespannt und ihr seht, ich habe es hier noch nicht ganz unter gespannt. Ich habe jetzt schon bei vielen gesehen, dass sie hier unten mal rumschneiden noch. Ich habe hier eine kleine Schere. Ich habe das noch nie ausprobiert. Manche sagen, dass es etwas besser ist wegen der Hitzeabführung, dass es weniger Hitze abgeführt wird. Aber meiner Meinung nach ist das nicht nötig, aber es sieht auf jeden Fall schöner aus, wenn man hier unten dann einen schönen geraden Rand hat. Ich hoffe, ich schneide es gerade nicht so viel ab. Wie gesagt, ich habe es auch noch nie ausprobiert. Wir schauen jetzt einfach mal, ob das etwas wird und dann auf dem Bild schön aussieht. Aber beim Rauchen verändert das meiner Meinung nach nichts. Natürlich wird etwas weniger Hitze so abgeleitet gegen unten durch die Alufolie. Aber ja, ich denke, das macht keinen grossen Einfluss. Insbesondere, ich verwende ja Kokosolkohlen und die haben eine extrem hohe Hitzeentwicklung. Also da brauche ich eigentlich gar nicht noch mehr. So, und jetzt machen wir einfach noch fertig und spannen das so schön rundherum. Rundherum runter. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen Ticken zu viel abgeschnitten hier. Aber schauen wir dann gleich mal, wie das aussieht. Das sieht jetzt so aus. Ist etwas schöner. Aber naja, ich hätte es vielleicht noch etwas länger machen müssen. Aber das passt jetzt schon. So, ich habe eben gerade noch die Kamera aufgestellt, um ein Bild zu machen. Deswegen heute mal das Fazit in etwas schönerer Qualität hier am Start. Also der Kopf funktioniert auch mit geschnitten Alufolie ein. Und sieht etwas kleiner aus auf jeden Fall. Also das kann man mal machen, wenn man das ausprobieren möchte. Aber wie gesagt, ist kein Muss. Die Köpfe laufen auch sonst super. Strong Orange wie immer. Schön frisch und eine leckere süße Orangennote dazu. Mag ich extrem den zu rauchen, wenn es wärmer ist draußen. Und ja, ich geniesse jetzt das Köpfchen noch etwas entspannt. Und dann sehen wir uns auch morgen schon wieder beim nächsten Daily Kopfbau.